das museum für russland deutsche kulturgeschichte feiert sein 25 jubiläum in diesem jahr ich habe das gefühl wenn die deutschen von heute nur wüssten was für ein unglaubliches weltreise abenteuer die deutschen sich geleistet haben in den früheren zeiten da können magelan columbus und marco polo um die ecke rauchen gehen dann werden sie heute viel selbstbewusster deswegen wünsche ich mir und dem museum eine maximal breite öffentlichkeit leute erzählt eure geschichte weiter sie ist es wert ja 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 ja